Gut, das heißt, dann kann ich jetzt endlich meinen Shop hier eröffnen. Dann mache ich das nämlich direkt auch. Heyo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Paradise. Ja, es ist mittlerweile Dienstag, der 24. und wie ihr vielleicht mitbekommen haben solltet, ist das Voting für die Währung am Sonntag beendet worden. Gewonnen hat ganz traditionell, sage ich mal, Gold und Silber. Es ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber ich finde es ganz schön. Es sind es wenigstens nicht Knöpfe und Briefmarken geworden. Und ja, hier seht ihr jetzt die Wechselstube. Es können ab jetzt also Shops eröffnet werden. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Zeit achten, okay. Es können jetzt Shops eröffnet werden. Und... Ingrid, doch, ist richtig. Hier, das funktioniert nur leider irgendwie nicht so ganz bei mir. Da steht dann immer, du kannst hier nichts kaufen. Das heißt, ich kann im Prinzip also mein Geld noch nicht umtauschen. Beziehungsweise mein Gold und mein Silber. Ja, Silber in dem Sinne. Ich habe mir gerade das Tutorial von Captain Lucky noch mal angeschaut zur Shop-Erstellung. Hier sind auch schon so ein paar Shops generiert worden. Hier in erster Linie von Elmo. Elmo's famed stuff. Farm stuff. Ich habe famed gelesen. Egal. Redwood. Naja, was soll's. Droh ist gesichert. Okay. Also hier kann man in erster Linie Holz kaufen, so wie es aussieht. Und hier soll dann jetzt mein kleiner Laden hin. Mein Revier ist hiermit markiert. Hier vorne ist noch der Shop von Captain Lucky, der momentan noch Kohle und Redstone verkauft. Redstone ist gar nicht so schlecht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendwer braucht. Aber macht ja nichts. Um mir jetzt einen Shop zu erstellen, brauche ich Kisten und Schilder. Die werde ich mir jetzt auch direkt mal holen. Ich hoffe, ich kann überhaupt einen Shop erstellen, wenn ich mir kein Geld holen kann, weil es hieß am Anfang ja... Ups, das leckt ein wenig. Ich glaube, es hieß am Anfang, dass man 50 der Währung irgendwie anscheinend 50 Gold oder so braucht, um wirklich einen Shop erstellen zu können. Und wenn dem jetzt wirklich so ist, dann habe ich ein Problem. Mal kurz in den Briefkasten schauen. Nix. Und dann gucke ich mal, ob ich... Also Schilder habe ich auf jeden Fall noch hier oben. Das weiß ich. Dann nehmen wir mal zwei mit. Kisten habe ich leider keine mehr. Ist egal, mache ich mir halt schnell welche. So. Einmal, zweimal. Und dann besorge ich mir mal das, was ich denn dann verkaufen möchte. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall die Tränke der Schnelligkeit verkaufen möchte. Und ich würde sagen, ich mache daraus aber erst mal Tränke der Schnelligkeit 2. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Beziehungsweise muss man schauen. Ich glaube, die macht man hier mit richtig. Ich hoffe es zumindest. Also meistens werden die mit Glowstone verstärkt. Und mit... Oder andersrum. Es kann jetzt sein, dass ich Tränke der Schnelligkeit gemacht mache, die 8 Minuten gehen. Dann mache ich mir erst mal die beiden hier raus. Ne? Das ist Nummer 2. Okay. Sehr schön. Dann mache ich das mit den beiden jetzt auch. Suche mir direkt die nächsten drei. Und mache das mit denen dann auch. Im besten Fall werde ich wahrscheinlich auch... Werf... Soll ich werfbare Tränke machen? Ne, ich mache einfach eine Recycling-Truhe dahin. Geht das auch? Das wäre cool, wenn es jetzt so ein Recycling-System dann gäbe. Wenn die Leute mir da Kisten reinschmeißen. Und dafür ein bisschen was zurückbekommen. Ich glaube, ich mache das auch so. Wenn die mir die Kisten wieder... Wenn die mir die Flaschen wieder verkaufen... Man kann doch bestimmt auch eine Truhe machen, in der man nur verkauft. Dann sollen die mir da das Glas wieder reinschmeißen und dann... Ach Gott, wieso habe ich so viel? Hä? Wie kommst du hin? Ich habe mich schon gewundert, warum es so ein ploppendes Geräusch gibt auf einmal. Ich schmaße mal eben meinen Weizen hier rein. Wobei... Ich kann ja auch ein bisschen was an dich verfüttern, hier mein Freund. So, dann habe ich nämlich wieder Platz in meinem Inventar. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Richtig, meine Recycling-Truhe. Es wäre dann wunderbar, wenn ich einfach nur eine Truhe machen könnte, in der ich halt meine Flaschen... ...wieder ankaufe. Mit so... Weiß ich nicht... 50 Silber an Pfand oder so. Das wäre Rührstisch genial. So, dann nehme ich jetzt mal Tränke der Schnelligkeit. Am besten erst mal sechs Stück. Das sind Werfbare. Die haben, glaube ich, da eine andere ID. Da müsste ich einen Extrashop für erstellen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und... Was könnte ich noch nehmen? Sprungkraft ist, glaube ich, nicht so wahre. Trank der Stärke. Trank der Heilung. Könnte ich die auch damit verstärken? Wartet mal. Müsste ich doch eigentlich... Oh, Moment. Ja, jetzt müsste ich mein Inventar mal ein bisschen sortieren hier. Ich muss gleich mal auch ein bisschen was loswerden. Trank der Heilung. Müsste doch dann eigentlich auch damit funktionieren, oder? Ich hoffe es. Dann gehe ich jetzt, wie gesagt, erst mal mein Inventar ein bisschen ausleeren. Ja. Oh, ist schon wieder Nacht. Mein Gott. Immer das Gleiche hier. Immer das Gleiche. So, immer hier unten. Da, zack. Tierzeugs wieder weg. Da, da, da. Pflanzenzeugs kommt hier unten hin. Da haben wir Pilze hin. Das. Ach so, hier kommt auch der Teppich hin. Warum auch immer. Das kommt da hin. Das kommt auch wieder da hin. Das muss man ein bisschen sortieren hier, Mensch. Ähm, rohrholz kommt hier hin. Verarbeitetes Holz kommt hier hin. Zwischen Holz behalte ich mir mal noch. Der Stein kann auch weg. So, jetzt habe ich eh nicht wieder mal ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar hier. Meine Güte. Ist ja voll gestoppt bis oben hin gewesen. So. So. Drank der Direktheilung 2. Sehr schön. Ähm. Kann ich die jetzt auch wieder mitnehmen hier? So. Wo mache ich das? Ja. Gut. Dann habe ich erstmal nur vier mit denen ich das machen kann. Noch ein bisschen Glowstone-Verschwendung. Aber kann ich jetzt nicht ändern. Wer zum Henker hat mir dieses Hühnchen hier reingeworfen? Ich dachte, meine Türen wären immer gesichert. Wie kommt das hier rein? Nee, nee, nee. Okay. Dann mache ich mich mal auf. Um meine Shops zu erstellen. Erstmal gehe ich aber eine Runde schlafen. Bevor mich da irgendwelche Monster in die Luft sprengen, während ich meine Shops eröffne. Ich habe festgestellt, dass das nicht so die beste Methode ist, irgendwelche Ranken hier vor mein Schlafzimmer zu packen. Weil jedes Mal, wenn ich in die Tür reingehen will, kletter ich erstmal die Ranken hoch. Ist egal. Yeah, jetzt kann ich mal ein paar Monster schlachten, bevor ich darüber gehe. Okay. Was ich noch ansprechen wollte. Ich habe leider diese Woche wieder Spätdienst. Das heißt, ich werde voraussichtlich nichts mit den Jungs aufnehmen können. Weil die morgens halt einfach alle nicht da sind. Und ich halt nur morgens aufnehmen kann. Dementsprechend wird diese Woche wahrscheinlich nicht sehr viel Minecraft kommen. Wenn ich irgendwie richtig, richtig Bock drauf habe, dann werde ich natürlich noch mal eine Folge Minecraft aufnehmen. Aber voraussichtlich wird es so laufen, dass ich erstmal meine anderen Projekte weitermache. Sprich, Singleplayer, Perfect World, Gedöns. Und so, mache ich das mal so. Weil da müssen im Bestfall noch Schilder daneben, was das Ganze denn jetzt überhaupt ist. Weil ich glaube nicht, dass man einfach nur an dem Fläschchen oben erkennen kann, was genau das für ein Trank jetzt ist. So, jetzt muss ich glaube ich, wartet mal. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das nochmal. Mach ich das so. Zack. Jetzt riebe ich hier oben einmal kurz. Ja, ich hier hin. Dann in die nächste Zeile kommt, ach wartet, wartet. Ich bin noch mal, nee, wartet. Ich muss noch mal ID-Gedöns erfragen, hier. Item, Info, Facebook. Potion of Instant Heal. Oh, könnt ihr euch die mal merken? 3738229, ach du Scheiße. Ich glaube, ich packe auch hier besser die Tränke der Schnelligkeit hin, oder? Moment, ich muss kurz mein Facebook, äh, ja, uns. So, Freunde, nachdem ich gerade für Facebook abgehauen bin, habe ich festgestellt, dass ich einen ganz, ganz blöden Fehler gemacht habe. Und zwar hat Lucky in seinem Tutorial ja erklärt, dass man mit Rechtsklick an solchen Läden etwas kaufen kann und mit Linksklick etwas verkaufen kann. Das heißt, ich habe die ganze Zeit einfach nur die falsche Maustaste benutzt. Im Prinzip muss ich hier mit einem Linksklick draufgehen und dann bekomme ich für meinen Iron Ingot zwei Gold, 50 Silber, sozusagen. Dann werde ich das jetzt noch ein paar Mal machen. Ich, wie gesagt, es kostet, glaube ich, 50. Wenn man einen Shop eröffnen möchte, was kriege ich denn hier für 4 Gold, 50? Nice, dann mache ich das doch mal viel eher hier. So, hau mal alles weg, die Kacke hier. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Money. Ich habe 77 Gold und 50. Das müsste reichen, um meinen Shop zu eröffnen. Gut, das heißt, dann kann ich jetzt endlich meinen Shop hier eröffnen. Dann mache ich das nämlich direkt auch. Hier vorne kommt, wie beim letzten Mal, auch mein Name hin. Dann hier unten, wie viel ich immer verkaufen möchte. Das wäre 1. Dann der Preis. Da ich das nur verkaufen und nicht ankaufen möchte, würde ich sagen, packe ich da jetzt mal 5 und 0 hin. 5 ist der Preis, den ich gerne haben möchte, wenn jemand das kauft. Und 0, weil ich halt nichts ankaufen möchte, der Preis, für den ich es ankaufen würde. Dann kommt jetzt die Item-ID. Das war 373. Doppelpunkt 8229. So, jetzt fertig. So, dann sieht man hier oben drauf einen Trank der Direktheilung. Und dann würde ich hier schon mal 4 Stück reinpacken. Das ist ja jetzt, packe ich mal hier neben. War das so? Ja. Zack. Job für Trank der Direktheilung 2. Fertig. So, dann mache ich das hier auf der Seite, weil ich Schilder brauche, funktioniert das nicht. Dann mache ich mir einfach noch schnell 1, 2, weil ich brauche 2. So. Ach, Quatsch. So, hat sich erledigt. So, da, 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 da. Jetzt brauche ich nur wieder ein bisschen, jetzt habe ich natürlich zu wenig Geld wieder, weil das 50 gekostet hat, glaube ich, ne? Ja, 2750, okay, dann muss ich noch mal ein bisschen, man, 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 das ist aber ganz schön teuer, hier so einen Job zu eröffnen, meine Freunde. Ich hoffe, da kriege ich wieder ordentlich was rein. Ich glaube, 5 ist dann auch viel zu wenig, oder? Ich gucke mal, ich bleibe erst mal bei 5 und ich kann den Leuten ja auch nicht so viel ab... Ja, jetzt ruckelt es wieder. Irgendwie ruckelt es immer hier bei der Ecke. Jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Okay, ähm, ich hole mir doch eben... Ja, Tatsache, es wird schon wieder Nacht. Dann lege ich mich noch mal schnell schlafen. Und dann eröffne ich noch schnell den anderen Job. Ich glaube, das kann ich aber auch kurz rausschneiden, oder? Ich schneide das kurz raus. Ich habe da gerade was entdeckt, was ich euch gerne noch zeigen möchte. Und zwar hat der liebe Xeltaras LPE hier die Paradise Post aufgebaut. Wir hatten überlegt, dass wir jetzt eventuell gerne das so machen würden, dass jeder einen Briefkasten hat und man sich tatsächlich dann auch gegenseitig Briefe schreibt und das Ganze aber mit einem Postsystem verbindet. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das jetzt genau handhaben möchten, aber hier ist jetzt auf jeden Fall das kleine Postzentrum und hier hat Xeltaras auch schon einen Hund und seine eigenen Shops erstellt mit Papier, das man kaufen kann und Büchern, also Bücher und Feder sozusagen, die man sich dann da kaufen kann. Und es müsste allerdings jetzt noch irgendwas geben, wo man die Briefe dann reinschmeißen kann. Also ich glaube, er wollte das so handhaben, dass er quasi derjenige ist, der die Briefe alle bekommt von uns und dass er die dann zustellt, wie halt so ein richtiger Postbote das machen würde. Finde ich eine sehr coole Idee. Da muss man die Briefe nicht immer selber einschmeißen. Wenn ich mir überlege, wenn die Stadt nachher größer wird und ich irgendwie ständig hier bis zum Hafen und dahinter laufen muss, um irgendwelche Briefe abzuliefern, hätte ich keine so große Lust drauf. Ist nur die Frage, bekommt er irgendwann halt auch Geld dafür, dass er das tut. Ich meine, ich bekomme im Endeffekt für mein Schmiedehandwerk auch in gewisser Weise Geld und zwar dahingehend, dass ich... Ja, ich weiß, ich kann da nichts kaufen. Danke. Insofern, dass ich halt, wenn ich meine Sachen verkaufe, wenn die Leute halt zu faul sind, irgendwas... Mal ganz kurz gucken, wie viel ich jetzt habe. Wenn die Leute zu faul sind, sich irgendetwas zu craften, dann kommen die halt zu mir und kriegen halt die Sachen von mir. So, jetzt mache ich das noch einmal hier. Halt, stopp, stopp, nein, ah, fertig. Ich muss mir erst mal ausgucken, was das für eine ID ist. Hier so, da. Slash-Item-Info, hallo Facebook. Jetzt muss ich mir das wieder ausschreiben. Achso, 3, 2, 2, 6 ist der Trank, das Spido. So, dann eröffne ich noch eben schnell diesen Shop. Wupp, 1, auch jeweils zu. 5, 0, 9, 3, 7, 3. 8, 2, 3, 2, 6. Fertig. Zack. So. Truhe erfolgreich mit LWC gesichert. Ich habe einfach mal bestellt. Trankte Schnelligkeit 2. So, haben wir hier wieder Shop für Trank der Schnelligkeit 2. Gut, haben wir das auch schon mal geregelt. So, jetzt habe ich meine zwei Shops erstellt. Das heißt, hier kann man jetzt bei mir Tränke kaufen. Wer gerne welche haben möchte, Trank der Direktheilung ist bei uns, glaube ich, auch nicht so falsch, da der Server auf hart gestellt ist. Das ist, glaube ich, eine relativ, relativ gute Idee. Ja. Der Handel floriert, würde ich sagen. Ich werde, ich muss zugeben, dass ich hier mit Sicherheit auch einiges ankaufen werde, weil ich einfach viel zu faul bin, ständig Holz zu farmen. Ich habe nur keine Ahnung, ich würde gerne mal kurz gucken, wie viel er dafür nimmt. Dazu hast du nicht die Rechte. Ich dachte, mit Rechtsklick kann man kaufen. Ah, jetzt. Okay. Du hast einen Birchlock für 3 Gold von Blooddude gekauft. 3 Gold für Holz. Dann hätte ich für meinen ja viel mehr von den... Wow. Dann nehme ich für meine 10. Oh, es ist doch jemand da. Okay. Ich glaube, dann ändere ich gleich nochmal den Preis von meinen Tränken. Dann nehme ich definitiv 10 für meine Tränke. Anstatt nur 5. 5 ist dann viel zu wenig, wenn er allein schon 3 für Holz bekommen möchte. Warte mal, für wie viel kann ich das denn hier verkaufen? Gar nicht. Verkaufen geht nicht, will er nicht. Gut, dann habe ich jetzt hier ein Birkenholz im Inventar. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass wir jetzt endlich Shops erstellen können. Und... Vielleicht hat er jetzt... Ja, wie gesagt, ich fand es sehr interessant, dass wir jetzt hier... Moin Moin Abonnenten. Ein Gruß von Hakmi. Ich fand es jetzt sehr interessant, dass wir hier endlich unsere Shops erstellen konnten. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auch ein Däumchen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Und unter anderem packe ich euch da das Tutorial-Video von Captain Lucky rein, in dem er erklärt, wie das Ganze hier mit dem Währungssystem funktioniert. Da könnt ihr auch noch mal ganz genau nachgucken, wie man die Shops erstellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.